Vor anderthalb Jahren haben wir unser Free Floating Angebot SMUMO mit 30 Autos gestartet. Mit den 15 neuen CR1 sind wir jetzt bei 95 Autos und einem deutlich vergrößerten Gebiet. Unsere Kundinnen und Kunden sind begeistert über die Flexibilität und wir freuen uns wahnsinnig, dass das Angebot so gut angenommen wird.